So meine lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic, nicht The Republic Commando und das ohne The, also das ganze eben halt Republic Commando. So, wir sind auf Koshiko immer noch und haben den Brückenkopf und die Munition der Separatisten eingenommen und sehen jetzt zu, dass wir hier jetzt irgendwie weiterkommen. Ja dann. Schön. Hat er den Arsch getreten, der stirbt daran? Ja, wer schießt denn das so mit her? Wow, was schnitt die ab? Geht euch aufladen, nehmt euch eine Bagda-Erfrischung. Hier, los. Aber ist die Idee. Warum sind die alle so krank? Sind die alle so? Guckuck. Mikrofon ein bisschen heran am Ende. Wunderschönen, zärtlichen, düsten Mund. Guck mal, du gehalt. Gut, was war das denn? Hey, stopp. Bevor hier jemand irgendwie was, was ich was mache. Genehmigen Sie sich etwas Bagda. Ja, Sir, bin unterwegs. Granata. Bagda verabreicht. Wie heißt der Taful? Ist ja auch noch da. Hallo. Ah, du hast ja schon eine Zäune. Okay, los geht's. Der ruht sich nur aus. Sprengsätze. Die Droiden haben die Munitionskisten vermied. Sichern Sie den Sektor und entschärfen Sie die Sprengsätze, bevor hier alles in die Luft fliegt. Klappen wir das Terminal, Delta. Eben sind Droiden-Präger gelandet. Sie wollen sie mit den Geschützen aufhalten. Präzisionsschuss einleiten, Delta. Mit dem allergrößten Vergnügen, Sir. Ich kann nicht so zu kennenlernen, ich bin hier und da. Der ist auf die Kombi. Nein. Keine Granate. Egal. Egal. Aufhören, Kommando. Nein. Nichts aufhören. Wo bleibt denn die denn? Hat er nicht gemerkt, wa? Scheiße. Wo bleibt der Typ? Alles muss man hier selber machen. Scheiße. Super-Krams- Super-Krams-Droiden. Au! Hör auf damit! Oh nein, nicht die. Scheiße. Scheiße. Digga, kannst du die mal oben abschneiden? Alles down. Komm, schießt der Scheiße. Schub ihn nicht. Tafu zu seinen Seiten. Da kann er es erwarten. Erstens sind andere, wichtigere Dinge hier am Start. Und komm, mach mich hier hell. Wieso kann er... Ja. Warum hast du dich auf diese Scheiß-Geonosianer geschossen? Das frage ich mich sowieso auf. Was macht Gionosianer... Auf... Auf... Ja, kann ich schieb. Registriere deinen Mutter. Oh ja. Juhu! Ah! Was? Ach, Scheiße! Leute! Ach, Scheiße! So, Kinderchen, alle mal an die Erfrischung! Bitte, bitte! Genehmigen Sie sich etwas, Bagdad! Ben dabei! Ja, Sir! Vielen Dank, Sir! Ja, gerne, Sir! Gut! Haben wir die denn alle safe? Wer hat die denn safe gemacht? Ja! Kinder, ist das wieder aufregend? Ich bin auch wieder aufregend! Oh! Ich hätte hier gerne ein Loch, Deltas! 4-0 bereitet Sprengsatz vor! Brauche Deckung! Dann müssten wir die Granaten, ne? Gleich habe ich, Sir! Es regnet, es regnet, die Erde weppen! Die Bombe ist scharf! Auf den Zeichenzack! Zurück, Deltas! Aufstieg mit Gebrüll! Wir sind da! Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ildis stören Ihre Leitungsbahnen! 2-0 bereitet Sprengsatz! Bevor Bedeitet Sprengsatz! 3-0 bereitet Sprengsatz! Du bist hier ein, den Träger? ... und, was? 3-0 bereitet Sprengsatz! 3-0 bereitet Sprengsatz! 3-0 bereitet Sprengsatz! Gibt das hier wieder ein Träger oder was? 5-0 bereitet Sprengsatz! Wie lange du überlebt hast, ist super knapp. Komplett verriegelt. Wir müssen rauf auf den Steg. Versuch mal, auf diese behinderten Axi zu schießen. Kriegt nichts. Wer ist denn down? Wer ist denn down? Was macht er denn da? Digga. Wo ist unser Typ? Der Tod ist da. Oh, bist du tot? Mein Scan zeigt mehrere Signale. Es sieht nach einem Hinterhalt aus. Wir brauchen Scharfschützen. Wir dürfen Tafeln nicht verlieren. Holen Sie da irgendwie raus. Am Ende des Stegs scheint eine Schalltafel zu sein. Wir müssen darüber und die Schutztür der Fenster schließen. Was war da das? Schutztür der Fenster? Oh, die trefft gut, die Jungs. Oh. Schau mal, haben die hier nichts? Schau mal. Ja. Ach, was war da? Man! Man! Man, ja... Es ist tolle... Ich schaff das schon. Alle werden überleben. Ja, das haben wir sehr gut gemacht. Leute, geht euch hier... Was? Na, jetzt nimm. Sind alle der Bagda unterwegs da, genau. Bagda-mäßig am Stüssel. Das ist mal gut. Ach, hier klingelt das. Da ist was herrliches. 39, sag nie nein zu Bagda. Nein, der Boden. So. Der Hund der Bälle. Huch, wo hängen denn alle rum? Enden, alles klar. Uh. Du wirst, du musst den gehen, ne? Und da runter geht's. Nicht so schüchtern, Ladies. Nicht so schüchtern. Oh. Schäden durch Feuerwaffen. Schäden durch Feuerwaffen. Echt? Was gefällt mir hier nicht? Söf, Jan? Wie? Was? Okay, aber die Frage ist, wo ist Delta 04? Keine Sorge, bin gleich wieder da. Oh. Ach so. Guter Gesellschaft. Besseres am Start. Ist gar keine Waffe? Wo sind unsere Waffen alle hin? Wo sind sie? Was ist und sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Oh. Wow, also zwei Machina-Wachen kamen wir. Yeah, repariert euch Jungs. So, alles fresh wieder am Startler. Nee, irgendwie nicht, irgendwie sind nicht wir irgendwie. Auf zum Wookie-Treffen. Kreuzer der Separatisten ist auf der Krone des Baums gelandet. Sie müssen es zerstören. Tafal und seine Männer sind auf dem Weg in den Kommandoraum. Kreuzer der Separatisten ist auf der Krone des Baums gelandet. Wie stelle ich mir das vor? Oh, Kreuzer ist ja bestimmt irgendwie flug von der Bühne. Oh! Wie kann ich schießen? Boah, der hat getroffen. Haben wir nicht. Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat. Ei, ei. Ei, ei, Captain. Ei, nicht irgendwie grad. Klopfiere Sprengsatz. Gesichert. Mit Pfeifen erzwischen. Damit man... Uuuuh. Tür okay. Mach nur haltetisch schnell. Die Tür ist okay. Alter. Du musst sie nicht festhalten. Lass uns hier durch. Autsch. Das hat gesessen. Wir haben die den Spindruiden hier reingekriegt. Muss wohl hier drin zusammengebaut worden sein. Oh, oh. Autschie Zeit. Hallo, hallo. Haben wir nicht noch? Scheiße. Sondern ohne Granaten ausgehen. Das Ganze, oder? Ach so. Scheiße, ich hab mich kurz dran, ich hab mich jetzt rausgeißen. Okay, jetzt scheiße aus mich. Okay, na? Woopi woopi. Woopi woopi. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Er scannt uns ab. Wieso haben wir nichts zu exklusives? Er muss doch selbst tot sein. Männchen, Popennchen. Was hat Papa denn da noch? Oh. Wir machen die Klapperkisten alle. weiter jetzt Der Sieg ist unser. Wir werden nach Disneyland fliegen fahren. Ja, wieder auf den Beinen. Auch schon, ja. Verdammt, schafft den Wookiee aus der Schosslinie. Sag, tu ihm doch, dass er sich zurückzieht. Haha. Scheiße. Jetzt liege er Wookiee. Da gibt es noch ein anderes da. Oh, es hat einen Wookiee. Wir müssen schocken. Oh, es hat einen Wookiee. Oh, es hat einen Wookiee. Ah, ist auch das da. Gleich zu down. Okay. Alle Wausversieger. Ich bin schon unterwegs, Sir. Besorge, Bacta. Ja, Sir. Haben wir hier keine Motivation gekriegt? Nein? Das war wettergärtig. Delta 4-0 hat sich erholt. Egal, wer den Bacta-Spender hier gelassen hat. Er hat einen Orden verdient. Ja, ja, definitiv, definitiv. Delta 7, sichern Sie die Promenade. Die Promenade, Sir? Ruhe, 6-2. Okay. Da vorn sind Druidikas, Deltas. Oh. Wow, was machen wir denn da? Noch ein Spindroide. Die Sammler hier haben sicher keine solchen Waffen. Hier stimmt fast nicht. Hier stimmt ganz gewaltig was nicht. Das kannst du laut sagen. Wir haben hier noch einen Spindroiden. Spindroide. Oh, oh. Ich bin festgepackt. Ey, wieso bin ich so festgepackt? Rauf damit jetzt. Von hier haben wir freies Schussfeld. Geh in Position. Dreh dich um, mein kleines Mäuschen. Dreh dich um. Hallo. Okay. Da kannst du scannen, bis der Arzt kommt. Dreh dich um, mein kleines Mäuschen. Hat keinen Zweck. Okay. Haben wir noch mehr Basta-Menschen hier? Nicht? Wow. Sehr nett. Warum geht der denn so nach ran? Ist der total beschwert? Ich mach es schon. Lad ruhig nach. Sollen wir uns zurückziehen, Sir? Sie? Vakta. Jetzt. Ja, Sir. Bin schon unterwegs, Sir. Ja, Sir. Bin unterwegs. Was war das? Die Wookies sind auf der anderen Seite dieser Tür. Alles wie gehabt. Gehen Sie rein und neutralisieren Sie alle Gegner. Sicher, sichern Sie den Raum und ermöglichen Sie den Wookies die Flucht. Okay. Gehen wir rein. Leise. Roger, Sir. So, kenne ich hin. Wie das wohl ausgehen mag. Das sehen wir nächsten Mal. Ich würde mich entscheiden. Du bist, äh. horses.